Ich bin tot. Da bin ich wie wie du bist tot. Ähm... Sanity. Ich auch. Ich bin auch grad an Sanity gestorben, toll. Läuft von mir, Digga. Aber ich hab einen Kasten noch gefunden. Ja? Das sind drei bis vier. Ja, okay. Wo war der? Ach, ach cool. Jetzt geht's hier weiter, oder was? Boah. Ich glaube. Ich folg dir jetzt einfach mal, also... Taschenlampe. Oh mein Gott, hier liegen zwei Taschenlampen. Echt, wo? Hier, komm her. Hier. Da. Ich muss sagen, Taschenlampen sind doch schon ein bisschen Gold in dem Spiel. Ja, wenn du denn mal welche hast. Oh, was ist hier? Was? Bloodhounds. Oh mein Gott. Die gibt es. Da stand noch das Level ist safe. Bloodhounds. Das sind so Hunde Menschen. Wieso gibt es die? Wo bist du? Ich suche hier. Bist du schon wieder komplett zurückgerannt? Ja. Wieso gibt es die? Wieso gibt es die? Aber hier ist ja sonst nichts. Ich glaube, wir müssen dahin. Oder nicht? Ich bin hier gerade wieder in dem Raum, wo man die Kästen suchen muss. Haben wir das nicht schon gemacht? Echt? Das ist doch schon gemacht. Oh lol. Ich habe aber nicht gehört, dass irgendwas aufgegangen ist. Nee, du musst auf diesen Glaskasten gucken auf Flur. Ist der immer noch da hinten? Ich schleiche mir die Wand. Ähm. Ich schleiche mir die Wand. Lassen. Scheiße. Ich sneeke mich hier in die Räume. Okay, was ist hier los? Was ist das hier alles? Hier ist ein Durchschlag durch eine Wand. Oh Bruder, eigentlich musst du herkommen. Komplett verlaufen. Was habe ich jetzt? On? On? Ich habe alle Sicherungen angemacht irgendwie von irgendwas? Wir müssen alle Sicherungskästen in der Station anmachen. Irgendwie doch, oder nicht? Ja, es gibt ja noch mehrere Stationen. Es gibt drei Stationen insgesamt. Schließ mich bitte. Endlich such gerade schon bei der nächsten. Da kommen wir noch nicht durch. Ich verstehe. Aha. Ich höre irgendwas. Ja, das bin ich. Nee, ich meine irgendwas anderes. Achso, du bist das. Hallo, Alter. Ja, die solche. Du musst aufpassen, diese... Da ist noch ein Kasten. Zack. Hier ist einer bei mir. Hier ist einer bei mir. Der Hund, komm schnell rein. Mach die Tür zu. Ja. Jagt er dich? Nee. Ich habe einen Sicherungskasten angemacht, Junge. Ich bin so... Ich habe so Eier. Hast du? Läuft er? Nein, der ist da drinnen. Achso. Uh, schnell weg. Schnell weg. Gut, dann haben wir diese Station auch. Dann müsste sich irgendwo in dem großen Raum jetzt nochmal eine andere Tür geöffnet haben. Sicher, dass wir schon alle haben? Ja. Müssten alle sein. Sonst war hier nichts mehr, glaube ich. Oder? Naja, es müssten alle... Es waren alle. Müssten alle gewesen sein. Puh. Ich gehe mal gucken in den großen Raum. Also eine Sache, die ja gerne ändern darf, ist, dass man nochmal... Dass man endlos sprinten kann. Ja, ne? Es ist ein bisschen nervig. Aber gut, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen zu einfach manchmal. Ja, wieso? Wenn du gejagt wirst, kannst du ja auch endlos sprinten. Ja, das stimmt schon, ne? Ja. Okay, hier ist auch nichts. Das wäre jetzt bis jetzt mein einziger Kritikpunkt. Ja, sonst geht es eigentlich, ne? Gut, die Rätsel sind manchmal ein bisschen... ...komisch, aber... Aber geht. Geht, ist eigentlich in Ordnung. Ja. Da hinten müssen wir, siehst du es eigentlich doch. Jetzt müssen wir noch eine Station müssen wir jetzt noch machen. Und dann... ...haben wir es. Da ist was. Rennen, 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 rennen. Das Wasser steht auch unter Strom. Ist er weg? Er ist weg. Der hat wieder Asthma. Das Wasser steht unter Strom. Tatsächlich. Also du musst echt aufpassen, da steht Wasser unter Strom überall. Ja, okay, alles klar. Da ist er! Mach wieder zu, mach wieder zu, mach wieder zu! Oh! Digga! Hi! Oh! Warte mal, zeig mal Ausweis. Oh! Alles klar, Bruder. Sollen wir noch mal rein? Können die nicht mal nach Stromwasser laufen? Können wir aber versuchen. Klappt bestimmt nicht. Da ist er! Erst einmal rauslaufen. Oh! Oh! Bist du tot? Hm. Komm her! Der rennt da nicht raus! Warte mal! Warte mal! Dünger! Der rennt immer wieder da rein! Blind it and run! Ach, wie soll denn den blenden? Ich verstehe! Ach, man kann den blenden! Das ist ja ein komisches Geräusch, wenn er einen tötet. Okay. Also nochmal. Wir haben keine Taschenlampe. Ich hole mir jetzt mal die Taschenlampe. Ach, ja. Hä? War die nicht hier? Ach, hier habe ich eine. Hallo, nimm doch. Da hinten nicht noch einen. Wo? Hier. Wo ist hier? Da. Was müssen wir noch? Fresh! Also wir müssen den anleuchten, dann müssen wir rennen. Ich fresse halt nur Scheißköter. Menschenköter. Ich probiere es mal. Warte. Wo ist denn der? Da hinten. Ich muss den nur anleuchten. Komm her. Komm schnell rein. Komm schnell rein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Noch einer! Ich denke ein bisschen wie dieses eine Hiphop-Lied. Welches Hiphop-Lied, Digga? Lenk du den mal ab. Ui! Ui! Lenk du den ab, okay? Ja. Oh mein Gott. Ich muss das hier... Solange das nur einer ist, ist alles cool. Ich habe es, okay. Raus, 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 raus. Wo ist raus? Hier, bei mir, wo das Licht ist. Komm her! Hier! Flo, komm! Ah, super. Komm her, Flo. Okay, haben wir gut gemacht. Einen haben wir schon mal. Zwei fehlen noch. Was kann ich sagen? Also sind wir gerade in den Raum rein und wieder raus? Ja. Ich habe den Stromkasten angemacht, der da drin war. Ach so. Ja. Ja, ja, ja. Achtung. Wir rennen. Scheiße, ich höre jedes Mal dieses Blödsinn. Schöne Licht im Kopf. Komm her, ich bin hier. Folg dem Licht. Ich blende den für dich. Genau. Immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Ein Stück nach rechts. Rein, rein, rein. So, sehr gut. So, Vorsicht. Ich weiß nicht, was hier ist. Achtung. Und andere Richtung. Schnell weg, schnell weg. Scheiße, hier ist nichts. Raus hier. So falsch. Voll die verarsche. So ein bisschen schon. Wo ist der Köter? Da hinten. Wo müssen wir denn hin? Hä? Ist doch sonst nichts. Doch, da hinten. Ey, wer ist das? Das ist doch Assi. Warum kann der durch das Wasser laufen? Hier ist nichts. Ich glaube, wir können hier wieder raus. Was ist denn das? Hier ist nichts. Schnell, schnell, schnell. Oh, Digga. Okay. Dann... Hä? Aber... War das jetzt alles? Lass uns mal gucken gehen. Wo kommt man denn hier zu dem Haupteingang? Brauchst du trinken oder so? Brauchst du? Da ist ein Riegel. Ja. Bist du ruhig. Äh, warte mal. Warte mal. Was denn? Weil... Es müsste sich dann eigentlich eine Tür öffnen. Uns fehlen noch zwei. Drei Stromkästen. Generator High Voltage. Das muss immer bei diesen scheiß Kötern sein. Guckst du gerade wieder? Hm? Guckst du gerade wieder? Ja. Ja, irgendwo... Du gehst da. Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Ja, wo ist es? Also ich hab keine Ahnung Also hier steht halt, dass wir immer halt noch Boxen finden müssen, die wir anmachen müssen Und irgendwann müssen wir irgendwo durchkriechen und ein Tor öffnen Also es muss bei den Hunden noch was geben Weil wenn du dir Warte, komm mal mit Das muss ja sich diese eine Tür öffnen Und die öffnen sich ja erst, wenn alle Generatoren an sind Warum auch immer Ne, falscher Raum Hm, weiß ich Hier lang Die kann ich auch mal essen Idee Genau hier ist dieser komische Kasten Ja Siehst du? Ja Da kannst du sehen, dass noch was fehlt Ah, zwei fehlen uns nur Ja, sag ich ja Also es muss bei den Kötern noch irgendwas geben Wir haben es bloß übersehen Da rennen wir ganz hin Da geht's wieder raus Bro Das war, wo wir hergekommen sind Ja Also wir müssen was Irgendwas bei den Hunden noch machen Muss es da geben Also es sieht sich ganz schön Wenn du nicht hundertprozentig Weiß, wo die Dinger sind Also müssen wir das jetzt noch zusammen Hinkriegen Aber ich glaube, das schlimmste Level Ist noch gar nicht da gewesen Ich glaube, man will halt lang Ich glaube, man will halt langsam Sehen Man will halt langsam mal die neuen Level sehen Also was halt noch neu ist Ja, ich weiß schon, was da noch kommt Ach, scheiße Ich bin schon wieder wahnsinnig Hier muss doch irgendwas sein Peter, piss dich mal Komm mal her Ich hab Trinken für dich Anstrengend ein bisschen, ne? Ich will keinen Riegel Ich will eine Taschenlampe Jetzt muss ich da wieder in den anderen Raum latschen Boah Also ein bisschen nervig sind die Viecher schon Taschenlampe Och Digga Gib doch einfach, du Hund Ach, hier ist eine Wenn ich noch eine finde, bringe ich dir eine mit Ich? Ich renne hier durch die Wallachai und suche nach einer Hä? Ach da Ich brauche noch eine Taschenlampe Oder willst du mal nach den Generatoren gucken? Ja, ich brauche ja auch eine Ja, rein theoretisch Hat das gespeichert, er hat es nicht gespeichert Toll Jetzt müssen wir das bei dem einen Hund nochmal machen Scheiße Och Ein bisschen ärzend ist es schon Ah, ich hab mit der Taschenlampe Ja Ja Super Dann treffen wir uns einfach da vorne wieder bei dem Ausgang Wenn ich ihn jetzt finden würde Diese düstere Atmosphäre, ne? Die geht einem irgendwann auch auf den Sack so ein bisschen, ne? Was denn? Also einmal ganz hinten durch Warte mal Ne, hier hinten war nichts Okay So, da ist noch einer drin Achtung Blende ihn Halt ihn auf Wo ist der Stromkasten? Oh Nicht dein Ernst Lass dich töten, vergiss es Das klappt nicht Wo ist denn der Stromkasten? Der hing irgendwo an der Wand Guck mal auf dem Boden Was liegt da vor dir auf dem Boden? Der hing irgendwo an der Wand Das war so ein kleines, viereckiges Ding Ist hier Ah, Digga, lass ich noch was wissen Warte mal, ich will mal eben, bevor Das mache Will ich mal wissen Was davon jetzt der Stromkasten sein soll Weil ich die ja sonst gar nicht erkenne Ist hier doch nicht, oder? Der hing irgendwo da an der Ecke Da hinten Hinter dir Ey, das hier Das habe ich ja schon versucht Nein, 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 nein Links, links, links Ganz links Da, irgendwo da In diesem scheiß Ecken-Dinger Das ist der gleiche Irgendwo da hing das Ding Oder ist da noch irgendwo ein anderer Raum? Ja, hier sind noch mehr, aber Da drin muss das aber gewesen sein Ich höre auch, ich höre es jetzt auch jedes Mal Weißt du, welches Ding ich meine, ne? Kannst du ja mal samplen Da wird scheiß Böse Kötter Wo ich schnauze halten will Da hinten ist noch eine Tür Ja, oh mein Gott Kriech mal durch, kriech ich kriech durch Ja, das ist das, wo wir durchkriechen sollten Wir haben es nicht gesehen, kriech ich mal durch Crouchen Sackgasse Crouch mal durch Oh mein Gott